Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der nächsten Rapid Reaction, 30. Januar, ja, schon wieder ein Monat um des neuen Jahres und natürlich wird das Ganze präsentiert von wem? Von Manscaped.com. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich sage es gerne nochmal, denn vor allem wir Männer, ich will jetzt nicht alle Frauen da ausnehmen, aber in der Regel ist es ja schon so, dass wir Sachen wie Valentinstag nicht so auf dem Schirm haben. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich da irgendwann schon mal was wirklich verschenkt habe, außer halt so im letzten Moment Blumen, weil für mich ist jeder Tag Valentinstag. Spaß beiseite. Wenn ihr denkt, hey, vielleicht habe ich auch mal eine Idee, was man mir schenken kann am Valentinstag und vielleicht kann man generell ja auch zusammen mal solche Sachen sich besorgen, egal ob es Valentinstag ist oder nicht, da kommt dann Manscaped ins Spiel. Da gibt es verschiedene Produkte für ihn, aber auch für sie. Warum denn nicht? Den Weedwecker 2.0, den Lawnmower 5.0, den Beard Hedger, den wahrscheinlich eher nur für ihn. Obwohl ich auch nicht weiß, ob ich da jetzt irgendwen ausschließe. Wahrscheinlich nicht. Jeder, wie er mag, da gibt es immer genug Produkte. Und ich kann es mir nur sagen, mit dem Code NEXT20NEXXT20 kriegt ihr 20% auf alles. Drei-Stahl-Geld-Zurück-Garantie. Obwohl ich jetzt eine Mail bekommen habe, obwohl das Closure-German meinte, ha, es hat bei mir ein bisschen Hassel gegeben mit Hin- und Herge-Mailen. Das habe ich so noch nicht gehört. Ich hatte im Gegenteil eher ein paar Beispiele von Leuten, die meinten, ja, das ging sehr, sehr schnell. Wenn irgendwas da passieren sollte, dass ihr damit Probleme habt, mailt mich gerne mal an. Ich kann es auch weiterleiten an meine Kontakte, da in der Regel geht das dann vielleicht auch ein bisschen schneller. Allerdings, jetzt wo ich das gesagt habe, denke ich mir auch so, hm, nicht, dass jetzt der Post voll voll ist mit Leuten, die denken, ich mache jetzt den Kundendienst über den André. Obwohl, wer weiß, haut es aber rüber. Ich helfe da natürlich auch gerne, auch weil ich natürlich eigentlich davon überzeugt bin, dass das gut läuft. Und das läuft es ja auch in der Regel. Von daher, ja, next 20, 20%, 30 Tage zur Garantie. Free Shipping hatte ich vergessen. Deshalb habe ich ein bisschen gestutzt. Kommen wir zu den News der Woche. Und diese Woche möchte ich ein bisschen anders machen. Ich mache nächste Woche und gehe auch viele so Trade-Gerüchte durch, weil wir kommen ja zu Trade-Headline. Und ich hoffe, dass ich morgen den Podcast aufnehmen kann im Premium-Stream bei patreon.com slash drehvogt dann mit meinen Trade-Ideen für allen 30 Teams. Heute gehen wir erst ein bisschen alle News durch, auch was so Trade-mäßig da Neues gibt. Dann geht es weiter in Richtung ESPN. Normalerweise bin ich nicht jemand, der auf Sachen großartig reagiert, die mich an andere Leute schreiben oder so. Manchmal mache ich das Dienstagabend, wenn das im Livestream mir reingespült wird. Jetzt habe ich aber von mehreren Seiten einfach von ESPN so ein paar Kacheln geschickt bekommen. Da dachte ich mir, okay, komm, da gebe ich mal Stellung zu, was ich von den Deals halte. Und das halt zum Thema der Woche. Aber fangen wir erst mal an mit erfreulichen Nachrichten. Ben Simmons ist zurück. Jetzt würde ein oder andere sagen, was ist daran erfreulich? Ich finde es sehr erfreulich, dass er wieder Wachsburg spielt. Wir haben ihn ja auch schon in Paris gesehen. Nico Beckspin, Bong, Jalil Pimp und ich sind ja da ein bisschen durchgeführt worden. Wir konnten ja vor dem Spiel so ein Foto auf dem Platz machen. Und als wir dann da vorbeigeführt wurden an der Seite, da hat man dann gesehen, ah, okay, da ist Ben Simmons und der macht sich gut warm und sah auch fit aus. Ist auch fit. Beim 147, 114 gegen die Jazz vergangene Nacht hat er fast ein Triple-Double aufgelegt. Und dann auch nur in 18 Minuten. 10 Punkte, 8 Rebounds, 11 Assists. Das sah schon mal sehr, sehr gut aus. Es gab auch noch einen Stil und einen Block dazu. Und er hat alle fünf seiner Feldwürfe getroffen. Von daher herzlichen Glückwunsch. Aaron Mobley ist ebenfalls zurück. Darauf haben sie in Cleveland gewartet. Das andere Team, was in Paris mit dabei war. Er hat 10 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt gegen die Clippers. Auch Kate Cunningham ist zurück. Schon ein bisschen länger wieder da. Hat er auch wieder ausgesetzt. Aber man muss ja mal gucken, dass man langsam reinkommt. Bereits am Samstag gerade 20, 4 und 12 gegen die Wizards aufgelegt hat. 20 Punkte, 4 Rebounds, 12 Assists. Auch wenn das Spiel verloren ging. Aber vergangenen Nacht hat man gegen Oklahoma City gewonnen. Das ist natürlich sehr erfreulich aus Detroitersicht. Und der größte Name vielleicht, zumindest der beste Spieler momentan, der zurückkommt wohl, ist Tyrese Halliburton. Das könnte heute Nacht sogar schon so sein. Beobachtet da auf jeden Fall mal die letzten Meldungen, wenn ihr das Spiel live gucken wollt etc. Heute Nacht geht es dann, glaube ich, gegen die Celtics, wenn ich nicht ganz falsch verhebt bin. Auf jeden Fall. Aber wenn es nicht heute wird, dann in den kommenden Tagen. Raus. Da sind wir jetzt beim Teil, der vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder sehr unangenehm ist, gerade für Knicks-Fans. Julius Randle wird fehlen. Ihr kennt mich. Ich sehe ihn durchaus auch kritisch öfter mal. Ich weiß aber auch, was er für Qualitäten hat. Deswegen nervt es mich ja umso mehr, wenn er dann sich immer mal wieder gehen lässt in bestimmten Phasen. Basketballerisch. Aber er hat sich jetzt die Schulter ausguckt. Die rechte Schulter. Und das sah übel aus. Und bei Schulter, ich weiß nicht, ob ihr da so firm seid. Das ist ja ein Gelenk. Das ist ja nicht wie die Hüfte, was so mega fest ist, wo man nicht großartig rausspringen kann. Sondern Schulter ist einfach wirklich schwierig. Viele Bänder, viele Muskeln. Wenn da einmal was passiert, das kann eine ganze Weile dauern. Und deshalb war wirklich die Gefahr real, dass er das ganze Saisonende jetzt quasi aussetzen muss. So weit kommt es Gott sei Dank nicht. Er wird mehrere Wochen wohl fehlen. Wie lange genau, wird man natürlich abwarten müssen. Aber das ist eine gute Nachricht. Schulter wird diese Saison noch mal eingreifen. Es gibt Komplikationen. Das muss man dir mal dabei sagen. Aber alles in allem Glück im Unglück für die Knicks. Ebenfalls raus. Aber erstmal jetzt, ja, wahrscheinlich über das Saisonende auch hinaus. Wes Unsell Jr. Jetzt wird der eine oder andere Ältere sagen, Moment mal, ich spiele doch gar nicht mehr. Nein, das war sein Vater. Wes Unsell Jr. Der ist Head Coach gewesen der Washington Wizards. Jetzt werden andere sagen, Moment mal, die hatten einen Head Coach? Ja, durchaus. Er ist aber nicht entlassen worden im Sinne von, ja, das war jetzt alles Kacke und kannst morgen ausschlafen. Sondern er wurde quasi hochgelobt, weggelobt. Nennt man das hier. Auf der Anseite vom Kanal in Wolfsburg gibt es ja einen großen Autohersteller. Und zwar Wes Unsell Jr. Ist jetzt Teil des Front Office, Teil des Managements. Er wurde von Brian Keefe, seinem formaligen Assistant, beerbt. Komischer Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Man sollte meinen, wenn es gerade mal 30. Januar ist, dann könnte er, oder vor ein paar Tagen passiert, Ende Januar. Aber warum braucht man als Trainerwechsel, wenn man irgendwie den Mann weiterhin so gut findet, dass er zumindest auch mit Entscheidungen treffen soll, eine Management-Ebene? Warum entlässt man den überhaupt? Ja. Es gibt einige Sachen momentan, die beiden USA, die vielleicht nicht so viel Sinn machen. Ich kann es mir nur so erklären, dass man schon mit der Expertise und auch die Meinung von Wes Unsell Jr. schätzt, dass man ihn in der Organisation behalten will, um dass man sagt, gut, was wir jetzt momentan auf dem Feld sehen, da kannst du jetzt auch nichts für. Da haben wir dir vielleicht ein paar Steine in den Weg gelegt, so als Management. Komm mal mit dazu. Helfen wir mit, dass wir hier den Karren aus dem Dreck ziehen. Feiner Zug. Mal gucken, wie Brian Keefe mit der Bande klarkommt, die er da coachen muss und wer von denen überhaupt noch dabei ist. Da gibt es ja auch einige Trade-Gerüchte. Aber kommen wir zu den Gerüchten rund um die Trade-Deadline. Ich habe mal das Wichtigste rausgesucht, um euch da mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ein Team, was natürlich sehr, sehr weit vorne mit dabei ist, direkt neben den Lakers, sind die Golden State Warriors. Denn dort gibt es natürlich immer noch diese, wie soll ich das sagen, diese Meinung oder die Idee von vielen. Also die müssen ja auch im Titel mitspielen. Immerhin waren die vor zwei Jahren ja noch Meister. Die haben Steph Curry, die haben Klay Thompson, die haben Jeremy Green. Also bitte. Da geht es ja um Championships. Das ist eine Dynasty gewesen, etc. Und ja, natürlich, es gibt da viele Überlegungen. Und laut The Athletic laufen die Gespräche wohl auf zwei Namen hinaus. In Golden State, Chris Paul. Knapp 30 Millionen, da glaube ich etwas über 30 Millionen Dollar verdient er dieses Jahr noch. Und dann ist er quasi vertragsfrei. Oder ist vertragsfrei. Ich weiß gar nicht, ob es eine Teamoption ist oder lagen mich drauf fest. Entweder wird er komplett free agent oder es ist eine Teamoption. Insofern ist er nächstes Jahr ein auslaufender Vertrag. Und Andrew Wiggins. Der ist kein auslaufender Vertrag. Der hat ja erst vor kurzem verlängert gehabt. Aber die beiden, um die soll es sich drehen. Die möchte man gerne fortschicken. Die Frage ist halt, was kriegt man für die? Andrew Wiggins spielt wahrscheinlich gerade den schlechtesten Basketball seiner Karriere. Chris Paul ist alternd, ist ein auslaufender Vertrag. Da muss man ja auch immer ungefähr das gleiche Geld wieder zurückschicken nach Golden State. Was soll denn dazugepackt werden bei einem wie Chris Paul? Der natürlich das Gehalt hat, um den Star zu bringen. Aber was soll er in der Gegenseite bekommen, um den Star abzugeben? Außerhalb einen Blanko-Check in dem Fall namens Chris Paul. Das ist schwierig. Deswegen gab es natürlich auch genügend Fallballspiele, sondern Gedankenspiele, wollte ich sagen, von Kollegen in USA gesagt haben. Na ja, gut, klar. Dann tradest du halt noch Jonathan Kuminga. Der ist ja eh unzufrieden, hat da diese unglücklichen Aussagen vor einiger Zeit gemacht über Coach Steve Curran, seine Spielzeit. Aber wenn man den Verantwortlichen da bei The Athletic, die sowas schreiben, glauben darf, dann ist es so, dass Jonathan Kuminga gar nicht zu haben ist. Also ich will nicht sagen, unter keinen Umständen, denn das gibt es eigentlich nicht. Aber der ist nicht zu haben. Sondern wenn, dann Chris Paul und Andrew Wiggins. Und wenn man das liest, und ich gehe davon aus, dass das auch der Wahrheit entsprechend ist. Wir kommen leider zu ein paar Themen, wo man eventuell ein bisschen genauer reingucken muss, ob das alles so wahr ist oder nicht. Aber die Warriors müssen erstmal auch eh klar werden, was sie überhaupt machen wollen. Ich glaube jetzt so Hauruck-mäßig dieses Jahr irgendwie noch irgendwas zusammen zu schießen, was man Meister wird. Wenn wir uns mal angucken, in den Jahren, wo sie gut waren, warum sie so stark waren, was sie stark gemacht hätten. Das ging um Defense, das ging um einfach natürlich auch ein Spielsystem, ein Angriff, was nicht unbedingt konventionell war. Das ging natürlich um Top-Spieler. Aber das ist alles gewachsen. Da hat man nichts über das Knie gebrochen. Und selbst eine Verpflichtung wie die von Kevin Durant kam ja in der Off-Season damals. Also ich glaube nicht, dass sie hinter Brechstange rangehen werden. Und ESPN, eine Person von Rowan und Shelburne, hat was ganz anderes gesagt. Sie meinte, naja, in Golden State ist es schon so, dass sie sagen, also wir müssen natürlich gucken, was ist der nächste Schritt? Also wo wollen wir hin nach der Saison? Klay Thompson wird Free Agent. Draymond Green haben sie ja gehalten gehabt schon mit einem längerfristigen Vertrag. Verlängern wir Klay. Wollen wir wieder angreifen? Denken wir, das ist nicht möglich mit der Truppe, die wir da jetzt haben? Und setzen wir einfach in so einen Sinkflug ein? Und eine Stimme, die wohl da sehr viel Wert haben soll demnächst, ist die von Steph Curry. Kann man auch nachvollziehen. Also nicht alle Superstars haben natürlich so viel Einfluss in der eigenen Franchise. Aber wenn der jetzt sagt, pass auf, also das bringt ja alles so nichts. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie den Laden hier auseinanderreißen. Weil so kommen wir nicht weiter. Und es wäre schade, wenn Klay geht. Aber wir müssen halt gucken, ich will noch kompetitiven Basketball spielen. Ja, dann wird man wahrscheinlich so eine Entscheidung treffen. Wenn der jetzt sagt, pass auf, ich möchte eigentlich auch lieber weg. Fang doch wieder von vorne an. Dann ändern sich die Vorzeiten natürlich nochmal. Also das darf man sehr gespannt sein, was passiert. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt Richtung Trade-Adline, wenn dann nur kleinere Deals sehen, wo wir nicht danach dastehen und denken, um Gottes Willen, ah, die haben alles eingerissen. Oder, oh mein Gott, die sind jetzt wieder ganz klar im Kreis der Favoriten. Ich glaube, den letzteren Weg, letzteren Trade, der sie da hinbringt, den sehe ich einfach nicht. Es gibt natürlich Namen von Spielern, die im Gespräch sind bei vielen, vielen Franchises. Und ich glaube, die Nummer eins ist DeJounte Murray. Also ich wüsste gar nicht mehr, welcher Klub, der irgendwie Ambitionen hat, den nicht auf der Liste zu haben scheint. Da sind wir bei den Lakers, da sind wir bei den Knicks, da sind wir überall. Ich glaube, sogar die Warriors wurden da auch mal genannt. Aber wahrscheinlich auch nur, weil sie genannt werden müssen. Und wie gesagt, er ist bei jedem Team mit Ambitionen, steht er im Raum. Aber laut Mark Stein gibt es jemanden in Atlanta, der sagt, nee, ich möchte den eigentlich gar nicht traden. Also ich würde ihn ganz gerne eigentlich behalten. Und wer das ist? Ja, der Coach, Quinn Snyder. Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Aussage, weil die Grundproblematik, die wir gerade bei den Warriors beschrieben haben, wollen sie weiter in die Zukunft gehen, neu aufbauen, etc. Diese Gretchenfrage in Atlanta ist ja eigentlich, Trae Young oder nicht Trae Young? Bauen wir weiter um ihn um? Um ihn um auf? So, ja. Oder sagen wir, okay, das war ein toller Versuch. Da ist natürlich ein 20-10-Mann allabendlich, geiler Typ, kann in den Playoffs für elektrisierende Momente sorgen. Wenn wir ganz ehrlich sind, mit der Defense von dem und diesem doch helozentrischen offensiven Ansatz, den der Körper vielleicht von ihm nicht unbedingt hergibt, weil er niemanden überpowern kann und er eben auch nicht so gut ist wie Steph Curry-Punkt, das lohnt sich damit dann doch nicht. Also das ist die Frage, die sich da halt stellt. Und wenn der Coach jetzt sagt, ich wäre nicht, also ich würde ganz gerne Jonathan Murray behalten, man aber gleichzeitig weiß, Murray und Young hat bisher nicht wirklich nachhaltig gut funktioniert, wo stehen wir dann auf einmal? Gibt es da intern jetzt verschiedene Ansichten? Gibt es da einen Streit? Gute Frage. Man kann es aber auch so interpretieren, dass man sagt, naja, es gibt ja eine Menge Gespräche für Jonathan Murray. Natürlich auch viele Leute, die ihn gerne haben wollen, viele Teams. Eigentlich sollte man davon ausgehen, der Preis wird ja dann automatisch nach oben gedrückt. Freie Marktwirtschaft. Aber es wäre ja auch denkbar, dass man sagt, wir sprechen gerade mit einem Verein oder zwei Vereinen, die Angebote von denen sind schon nicht ganz so schlecht, aber bewegt sich da nichts mehr. Können wir nochmal irgendwie einen raushauen, um diesen beiden Teams zu zeigen, nee, da muss noch mehr gehen auf eurer Seite, sonst bekommt ihr Jonathan Murray nicht. Und da würde sowas natürlich helfen, wie jetzt, wenn ein renommiertes Outlet in den USA, und ich glaube, ja, Mark Stein ist ja natürlich ein renommierter Kollege, wenn der in seinem Substack schreibt, und dann wird es halt von Leuten wie mir in dem Fall auch weitergetragen. Hey, ich habe gehört, der Jonathan Murray, der größte Fan von ihm in Atlanta ist sein Coach. Dann kann man natürlich als Management sagen, ja, es ist ein bisschen scheiße, dass das jetzt nach draußen gelangt ist. Verhandlungsteam A, Verhandlungsteam B, also ihr müsst ein bisschen mehr uns schon geben, sonst, also ich will meinen Coach nicht vom Kopf stoßen, und wenn, dann muss ich mir was Cooles bieten können. Warten wir mal ab, was denn da passiert. Wer Murray unbedingt will, naja, wie gesagt, irgendwie jeder, aber die Lakers steigen da wohl, oder liegen da wohl, wenn man da so ein Power-Ranking machen würde, klar, Nummer eins. Die haben Murray als den Kandidaten außer Korn, den sie da verpflichten wollen. Macht auch Sinn, bringt ihr Defensive, bringt ihn bis zur Offensive, kann ein Spielaufbau aufziehen, und gleichzeitig ist er auch nicht beleidigt, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Wenn es so wäre, hätte er in den letzten Jahren nicht in Atlanta spielen können. Die Hawks wollen aber, was man so vernimmt, die Athletics schreibt darüber, nicht D'Angelo Russell haben. Kann ich verstehen? Ich meine, klar, könnte man jetzt argumentieren. Ey, zuletzt, riesen Hot-Streak, der Typ, der geht richtig ab wie Schmitz-Katze. Ja gut, aber das ist ja auch nicht wirklich irgendwas Neues. Wir haben schon oft genug gesehen, dass D'Angelo Russell sowas in sich hat. Und das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja bei ihm das ganz andere, dass er dann in Drucksituationen, in den Playoffs, tja, eben nicht der Vogel ist, der einfach fliegen muss, sondern einfach auch hanebüchende Entscheidungen trifft, dich defensiv nicht unbedingt weiterbringt und immer mal wieder einfach in, oder Anfälle hat, Anfälle von Seriosität, die ein ganzes Team halt leben können. Von daher kann man vollkommen nachvollziehen, dass jetzt die in Atlanta denken, also Trae Young plus D'Angelo Russell, das bringt uns nicht unbedingt weiter, das wirft uns eher noch zurück. Also braucht man ein drittes Team, warum soll das die Angel Russell aufnehmen? Hat das den Spieler, was den Atlanta wieder will? Dann wird so eine Sache immer direkt komplizierter. Abwarten, was da passiert, aber auf jeden Fall die Lakers, das muss man schon beobachten. Und so langsam, jetzt haben wir noch über eine Woche Zeit, aber so langsam kommen wir auch an den Punkt, wo natürlich jetzt der Vollzug gemeldet werden muss. Ein Pointcard, der zu haben ist, das weiß jeder, ist Kai Lowry. Okay, Problem ist halt, der verdient noch eine Menge Geld und aller Voraussicht nach wird er ein Buyout kriegen von den Charlotte Hornets, wenn die nicht traden können. Und es ist auch jetzt nicht so, dass der mit seinen Leistungen zuletzt in Miami einfach eine Schar Anbietern irgendwie hinter sich herziehen würde, wie unser Hund gerade, unsere Hündin ist gerade läufig. Wenn ich mit ihm in den Park gehe, kommt der ganze Park mit. Und so ist es bei Kai Lowry nicht. Von daher glaube ich nicht, dass sie ihn getradet bekommen, wenn ich ehrlich bin. Und dann wäre er Buyout-Kandidat. Und dann kann er sich wahrscheinlich frei aufsuchen, wo er spielen will. Außer die Teams, die über dem Apron liegen. Das habe ich ja am Freitag, glaube ich, schon besprochen. Oder letzten Dienstag. Ein Team, was aber wohl großes Interesse hat und hofft, dass es da eben einen Buyout gibt und keinen Trade, sind die Philadelphia 76ers. Kann man auch nachvollziehen. Die brauchen jetzt nicht unbedingt die großartige Scoring-Wucht auf der Eins. Die brauchen jemanden, der mal Tyrese Maxey, der ein bisschen den Ball aus der Hand nimmt. Klar, mal Patrick Beverley, aber der hat vielleicht auch dann die Stärken nicht unbedingt im Spielaufbau als kreativer Mann. Von daher, wenn Kai Lowry damit hinkommt, auch so ein bisschen als Rückversicherung, da hat man ja drei Leute, die den Ball bringen können. Das wäre sicherlich nicht schlecht. Ein anderer, Charlotte Horn, auch das berichtet Mark Stein, der möchte auf gar keinen Fall einen Buyout haben. Und das ist Gordon Hayward. Die Älteren werden sich erinnern, das war mal ein sehr, sehr geiler Basketballspieler. Zunächst bei einer Uni, bei den, wie hießen sie, aus Indiana. Butler Bulldogs, genau. Hat ja auch fast mal einen Miracle-Wurf zum NCAA-Titel getroffen. Damals nochmal Brad Stevens als Trainer. Dann eigentlich auch eine gute NBA-Karriere gehabt. Vor allem bis zum Anfang in Utah. Dann diese Horrorverletzungen, ich weiß nicht, ich habe es damals kommentiert, gegen die Cavs, genau. Und seitdem, ja, also eine Litanei an körperlichen Problemen. Aber die immer noch jemanden, der schon, wenn er fit ist, auch dir was geben kann. Als großer Flügel, robuster Flügel mit Playmaking-Qualität. Jetzt dürft ihr bei einem oder anderen vielleicht fragen, aber wenn er aber jetzt wieder fit ist, warum soll er nicht auf sein Geld verzichten, jetzt was ihm noch bis zum Ende der Saison zusteht? Da kann er doch drüber lachen. Da schreibt er dann wieder einen großen Vertrag. Und da kommt das CBA ins Spiel. Collective Bargaining Agreement. Diese Grundlage, Tarifvertrag von allem, was so in Sachen Verträge, Trades, Free Agency geregelt wird. Denn wenn er einen Buyout annimmt, verfallen gleichzeitig seine Börtrechte. Heißt, dann könnten zum Beispiel die Hornets ihn nicht unter Vertrag nehmen und eben dann, eben müssen sie sich dann nicht nach dem Salary Cap richten. Jetzt sagt ihr, okay, aber wenn die ihn nicht haben wollen und ihm das sagen, dann ist es da auch wieder egal. Naja, es gibt ja auch noch Chancen von einem Sign-and-Trade. Also man kann ja den Spieler unter Vertrag nehmen, wenn er Free Agent ist, und gleichzeitig halt bei der Vertragsunterzeichnung festlegen, na, wir traden dich aber direkt zu Team B. Team B weiß das auch alles schon, damit das alles passig ist. Und die Chance würde er sich natürlich nehmen, wenn er jetzt einen Buyout nehmen würde. Deshalb macht er das wohl nicht. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Obwohl ein paar Teams Capspace haben nächstes Jahr. Wird er jetzt mehr verdienen als fast, glaube ich, die 30 Millionen, die er dieses Jahr kriegt? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber allein halt, um sich die Möglichkeit zu geben, dass man mehr als nur ein Mid-Level bekommen kann, etc., ist es dann schon wert. Von daher kann man nachvollziehen, warum Jorge Wood diesen Weg geht, wenn er ihn denn geht. Nicht zu haben, überhaupt gar nicht, obwohl es da Gerüchte gab, längere Zeit, ist Jared Allen. Warum, weil überhaupt irgendwie zu haben? Der spielt ja fast schon, also es ist zumindest ein Dunstkreis des All-Star-Games. Naja, in Cleveland ist es ein bisschen analog gesehen zu Atlanta mit Murray und Young. Dann klappt das denn in Cleveland mit Allen und Mobley, wenn keiner von beiden wirklich Dreier werfen kann. Wenn ihr das Interview gehört habt mit ihm im Premium-Street, dann wisst ihr, das ist was, wo er wohl dran arbeitet und was er gerne machen möchte. Aber bisher ist es halt noch nicht so und bei Mobley halt auch nicht. Von daher, da gab es ein paar Stimmen, vielleicht sehr zu haben. Jetzt aber klare Absage laut Chris Haynes. Das gibt es nicht, gar keine Diskussion. Der Junge bleibt in Cleveland, gut zu wissen. Und ebenfalls nicht auf dem Markt, Lauri Mark kann. Auch da hatten wir Sachen gehört, Gerüchte gehört. Aber es ist so, dass die Jazz sagen, also wir reden gerne über andere Spieler, aber nicht über Lauri Mark kann. Zwar würde ich auch hier sagen, sag niemals nie. Aber da muss schon wirklich Haus und Hof verballert werden, um den zu bekommen. Also wir hatten, glaube ich, das Thema vor ein, zwei Wochen mal, wenn Oklahoma City sagt, hier sind acht Erste-Rund-Picks und passende Gehälter, dann keine Ahnung. Aber bevor so eine Godfather-Offer, wie vom Paten halt kommt, wird da nichts passieren. Allerdings gibt es Namen von Spielern, die zu haben sein sollen. Und das sind die von Jordan Clarkson und Kelly Olenek. Das kann man verstehen. Der eine, Olenek, Big Man mit Wurf, immer gerne gesehen. Denn Jordan Clarkson, Kreativspieler mit Ball, vielleicht um die Defensiv der Beste. Aber wenn du ein bisschen Scoring-Punch brauchst, ich glaube, die Knicks werden ja öfter mal genannt, dann ist das einer, auf den du natürlich gucken kannst. Und wir gucken jetzt beim Thema der Woche auf ESPN. Dort gibt es einen Artikel, der nennt sich... Ich kann nicht mehr Englisch. 2024 NBA Trade Deadline, six big trades we want to see. Und es sind verschiedene Kollegen aus den USA. Jeder hat sich so einen Trade jetzt selber überlegt. Das sind keine Gerüchte, sondern Trades, wo die sagen, hey, wenn ich was zu sagen hätte, der Trade macht sehen. Und die gucken wir uns einmal jetzt an und dann reagieren wir darauf. Der erste Trade kommt von Tim Bontemps. Kennt ihr vielleicht Who-Pollective, ist ja immer mit dabei mit McMahon und mit Windhorst bei ESPN im Podcast. Und er hat ganz überschrieben, Sixers bolstern the backcourt. Also die Sixers polstern ihren backcourt auf. Die Sixers bekommen Tyus Jones von den Washington Wizards. Guter Backup-Point-Guard. Und die Wizards kriegen Robert Covington, Kenyon Martin Jr. und zwei Zweitrunden-Picks. Das ist natürlich ein bisschen konträr zu der Geschichte gerade mit Kyle Lowry. Aber muss man auch ganz klar sagen, Teams haben natürlich nicht nur eine Option um diese Jahreszeit, sondern die guten Front-Office haben zwei, drei, vier Optionen und gucken so ein bisschen, was möglich ist. Jones ist ein veritabler Playmaker, wenig Turnover. Der verwaltet seine Offensive, scort so ein bisschen. Vielleicht habt ihr noch vor Augen, was er in Memphis gemacht hat, bevor es dann nach Washington ging. Dass der die Song da nicht zu Ende spielt, war eigentlich mehr oder weniger klar. Da gibt es keine Ansprüche in Washington. Die wollen einfach gucken, dass sie irgendwie was für ihn bekommen. In dem Fall wären es dann zwei Zweitrunden-Picks. Covington und Martin kann man hier von nachlässigen. Wäre auf jeden Fall aus Washington sich vollkommen nachvollziehbar. Ich denke, die werden auch genau solche Deals durchziehen wollen für Picks, für auslaufende Verträge. Oder halt noch für bessere Picks mit Verträgen, die länger laufen. Aber Jones noch Philly. Ich glaube, das passt schon. Ja, was er vielleicht defensiv so ein Problem hat. Dafür hat man ja Joel Embiid dann. Covington zu verlieren ist jetzt auch kein Beinbruch. Sie haben genug lange Flügel. Ich frage es ein bisschen, was noch machbar wäre auf der Eins, ob man noch andere Kandidaten dann hätte. Einer kommt zum Beispiel gleich in den nächsten Tradesimmer wie Malcolm Brockton. Ob man den bekommen kann. Also ich denke, die ganz große Lösung, die John DeMurray oder so, die geht glaube ich nicht in Philly. Aber Jones, das wäre dann schon okay, den zu holen. Das würde passen, aus den Gründen, die ich gerade bei Carl Lowry auch genannt habe. Wäre ein Gewinner auf jeden Fall für Philly. Könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. Und wie gesagt, aufs Wizard-Sicht. Sie wollen die Draft-Picks. Bietet Ihnen irgendwer vielleicht einen Erstrunden-Pick? Dann ist man da vielleicht dann eher dabei. Von daher, die größte Frage, die ich vielleicht hätte, reicht das mit zwei Zweitrunden-Picks für Tyus Jones? Dann, nächster Trade. Und der dreht sich um die New York Knicks, Chris Herring. Der ist halt auch beheimatet, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Der schreibt, die Knicks add another ball handler. Und das würde heißen, New York bekommt, den eben schon angesprochenen Malcolm Brockton und die Portland Trailblazers kriegen. den Vertrag von Yvon Fournier, ein 2024er Erstrunden-Pick und ein 2024er Zweitrunden-Pick. Steht jetzt nicht von wem, von daher gehe ich davon aus, dass beide von den Knicks sind. Dass sie auf Suchen an einem Guard sind, das ist bekannt. Gerade wenn man sagt, okay, wenn Jalen Brunson mal runter muss, da bräuchte man vielleicht ein bisschen mehr noch Seriosität, ein bisschen mehr Scoring-Punch auch dann auf der Eins. Vollkommen nachvollziehbar, dass man da jemanden sucht. Auch das Kaliber Malcolm Brockton finde ich gut. Allerdings an dem Punkt hier würde ich sagen, dann ist es wirklich so, dass das nicht die Lösung A ist. Die Lösung A, denke ich, dürfte Dijon Tumuri sein. Lösung B, aber wahrscheinlich sogar schon Malcolm Brockton. Weil du dann jemanden hast, der erfahren genug ist, ein größerer Guard ist, der auch neben Brunson spielen kann. Erstrunden- und Zweitrunden-Pick und Fournier, weiß ich gar nicht, was vielleicht sogar ein bisschen wenig ist, wenn sich da Leute hochbieten. Aber das klingt schon eigentlich ganz gut. Auch da ist ja so, dass Portland ist nur im Geschäft von Picks, Picks anhäufen etc. Junge Spieler holen, Fournier ist einfach nur noch der Vertrag. Der läuft aber auch nach der Saison, außer das ist auch, glaube ich, eine Teamoption aufs nächste Jahr. Von daher, ja, könnte man so sehen. Denn eventuell kann man sogar hoffen, dass man als Portland noch ein drittes Team dazukriegt, was dann halt einen Offensivspieler wie Fournier haben möchte. Dass man dann auch was anderes bekommt. Aber das ist ein Deal, den wir uns vorstellen können. Allerdings, wie gesagt, nicht die Lösung A. Lösung A dürfte Dijon Tumuri sein. Die Thunder, oder The Thunder at some size. Also ein bisschen mehr Länge für die Oklahoma City Thunder. Und der Vorschlag kommt von Bobby Marks. Kennt ihr vielleicht, ehemaliger Front-Office-Mitarbeiter in Brooklyn. Der bei ESPN war, wirklich auch sehr, sehr viele Sachen sehr gut erklärt, sowas mit CBA zu tun hat. Und einfach wahrscheinlich den besten Überblick hat von allen Leuten da, was so die ganzen kleinen Feinheiten des CBA angeht. Und er sagt, die Thunder holen sich Andre Drummond. Und die Chicago Bulls bekommen Alexey Pokoschewski, den 2025er Zweitrundenpick der 76ers. Und zwei Zweitrundenpicks 2027, das wäre dann Philadelphia und Minnesota. Also drei Zweitrundenpicks für Andre Drummond. Und, glaube ich, Pokoschewskys Vertrag läuft im Endeffekt auch aus. Naja, Drummond ist auf jeden Fall jemand, der hinkommen würde, Länge mitbringen würde. Auch körperlich natürlich ein bisschen anders aussieht als Chad Holmgren. Aber gleichzeitig natürlich auch jemand ist, der anders spielt als Chad Holmgren. Also Andre Drummond ist ja dann eher, kommt über die Rebounds, kommt über alles rund um die Zonen, kommt über die Physis. Und ist natürlich einer überragenden Rebounder momentan und wird immer ein bisschen, sag ich mal, übersehen. Einfach weil es uns nicht viel anbietet. So, drei Zweitrundenpicks und ihr merkt, das sind ja nicht die Picks von Oklahoma City selber, obwohl es eigentlich jetzt egal ist, von wem die sind. Die sind ja auch selber gut. Also das Team ist selber gut. Aber drei Zweitrundenpicks für Drummond, da hätte ich erstmal so kein Problem mit. Ich glaube aber, dass wenn man da nachbessern wollte, hätte man sicherlich auch andere Spieler, die vielleicht besser passen. Wir kommen nachher noch zu einem Deal, den ich dann eher machen würde aus Oklahoma City Sicht. Aber das ist okay. Ich weiß allerdings nicht, mit Drummond's Limits, die er da hat, inwiefern er dann wirklich so passig ist. Oder ob er wirklich nur dann so ein Notnagel ist auf der Fünf. Von daher, ich finde es nicht top, aber ich weiß, wo Marx daherkommt. Und ich denke, das ist durchaus auch was, was man machen könnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Vertrag von Drummond läuft auch aus. Müssen es dann drei Zweitrundenpicks sein, wenn es nicht die eigenen sind und wenn man so viele Picks hat. Ich finde es nicht top, aber es ist auf jeden Fall was, wo man nachdenken könnte. Dann kommen wir zum Team, was die Trade-Deadline wahrscheinlich bestimmen wird mit die Lakers. Lakers land another star. Das, was sich alle wünschen, auch ESPN. Und Kevin Pelton, verdienter Mann dort natürlich seit Jahren, der schreibt. Die Lakers bekommen der John T. Murray, die Hawks bekommen Spencer Dinwiddie und den 2029er Erstrundenpick der Lakers. Und Brooklyn bekommt D'Angelo Russell. Das ist erstmal eine Menge, was man sich so angucken muss. Also Murray zu den Lakers, gerade schon skizziert, macht Sinn aus deren Sicht. Du kriegst den Point Card, wie gesagt, der verteidigt, der den Ball nicht in der Hand braucht. Aber auch wenn er hat, auch mal einen Gamebinder treffen kann. Und er ist bei Klatsch. Tag finde ich, glaube ich, nicht erwähnt. Also der gleiche Agentur wie Davis, wie LeBron etc. Die Hawks bekommen Dinwiddie. Das ist ein aushoffner Vertrag aus Brooklyn. Und vor allem diesen Erstrundenpick 2029. Er weiß, wo die Lakers dann stehen. Und Dinwiddie ist dann halt noch ein größerer Guard, der auch vielleicht zusammenspielen kann mit Young. Aber vor allem wahrscheinlich nicht von der Bank kommen soll. Brooklyn bekommt D'Angelo Russell. Und die einen oder anderen werden sich erinnern, der hat schon mal da gespielt. Damals in der Zeit, nach diesem ersten durchgefallenen Superteam-Versuch, hat man sich ja dann ein bisschen aufgerappelt. Unter anderem auch Durchspieler wie D'Angelo Russell. Von daher weiß er, wie die Türen da aufgehen. Und das war damals auch durchaus für ihn noch eine erfolgreiche Zeit. Und er könnte die Offensive, so steht das hier auch in dem Text, der nicht ganz gut läuft, ein bisschen Punch verleihen. Aber ihr wisst, ich bin mit der Arbeit von D'Angelo Russell vertraut. Und ich bin jetzt kein riesen Fan von, wenn ich weiß, dass jemand wie Ben Simmons zurückkommt. Und auch wenn ich denke, dass er natürlich auch eigene Probleme hat. Aber der sieht es selber als Point Guard. Dann I'd zusammen mit Russell. Dann hast du jemand wie Cam Thomas noch im Team. Mikael Bridges braucht seine Würfe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dich das so weiterbringt. Und dann tauscht du halt Spencer Dinwiddie auslaufender Vertrag gegen D'Angelo Russell auslaufender Vertrag. Ja, und was? Warum bist du dabei bei diesem Deal? Also ich denke nicht, dass das so großartig viel Sinn macht aus Brooklands Sicht. Kann man noch einen Zweitrunden-Picker mit ranpacken? Kann man immer. Picks haben keinen monetären Wert. Von daher ändern die die ganze Gleichung nicht. Dann eventuell, und dann schlägt man sich halt dann noch ein paar, ein, zwei Monate mit D'Angelo Russell rum. Okay, verstehe ich. Finde ich aber ein bisschen gezwungen. Und ganz ehrlich, wenn Atlanta für DeJounte Murray nur einen Erstrunden-Pick bekommt, dann würde mir das zeigen, dass der Wert von DeJounte Murray längst nicht da ist, wo, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wo ich den zum Beispiel gerade sehe. Also ich denke, dass, also nach all dem, was wir bisher wissen, dass es ein Wettbieten geben soll, dass es viele, viele Teams interessiert sind, und auch Teams interessiert sind, die ja ein Ziel haben, oben mitzuspielen, da muss ich sagen, dann wirkt für mich eben ein Erstrunden-Pick einfach verdammt wenig. Also wenn das passiert, wenn das der Deal ist ja durchgeht, und die Knicks waren mit dabei und haben das dann nicht überboten mit zwei Erstrunden-Picks, dann weiß ich nicht, über was wir eigentlich sprechen. Also ich kann mir nicht forschen, das ist so billig. Ich sage nicht, dass der Weg zu den Lakers unmöglich ist, ich sage, der Deal hier, der wäre für mich viel zu wenig für DeJounte Murray. Kommen wir zu den Toronto Raptors. Und da wird jetzt von André Snellings, einer der weniger bekannten Kollegen bei ESPN, geschrieben, the Raptors continue the teardown. Also es geht weiter mit dem Abriss der Toronto Raptors. Und hier ist ganz spannend, dass ich letztens in einem Stream, glaube ich, auch schon darüber gesprochen habe, dass Jakob Pötel zu haben ist, oder zu haben sein könnte, da gab es ja keine Gerüchte bisher, aber eben auch Dennis Schröder. Und dann, klar, dann gehen natürlich viele Ohren direkt in Deutschland auf. Also die Oklahoma City Thunder freuen sich über die Rückkehr von Dennis Schröder und die Ankunft von Jakob Pötel. Und die Toronto Raptors bekommen Davos Bertans, Alexey Bukoszewski, Trey Mann, Aaron Wiggins, auch Kanadier, zwei Erstrundenpicks und zwei Zweitrundenpicks. Und das ist für mich jetzt ehrlich gesagt hier vielleicht sogar, ich gucke noch kurz, was der letzte Deal hier war, das ist für mich der beste Deal auf dieser Liste. Weil ich denke, dass Oklahoma City damit durchaus Zweigfliegen mit einer Klappe schlägt. Zum einen hat man mit Pötel dann wirklich einen Ringbeschützer von der Bank. Hat auch eher ein anderes Spiel, als das Chad Horner anbietet? Keine Frage. Aber das ist jemand, der mit dem Ball bis hin zu anfangen kann. Jetzt nicht unbedingt in Sachen Dreier oder so, aber der ja auch mal aus dem Short-Roll mal den Ball weiterspielen kann. Der eben gut ausgebildet ist. Auf jeden Fall viel, viel mehr kann im Angriff als Dramid, obwohl er natürlich nicht der Rebounder ist, der Dramid ist. Und mit Dennis Schröder, mein Gott, der kennt das da, der hat da gespielt. Ich meine, die Vorzüge von euch muss ich euch jetzt hier nicht unterbeten. Ist schnell, kann mit der zweiten Fünfer arbeiten. Finde ich keine schlechte Geschichte. Dann könnte man auch gucken, was man mit Micic noch macht. Im Nachklub tradet man den nochmal woanders hin. Finde ich gut. Und die vier Picks, denkt man vielleicht, das ist doch ein bisschen viel. Aber auf deiner Seite, naja, das sind zwei Erstrundenpicks, zwei Zweitrundenpicks. Das müssen ja auch nicht die Picks der Thunder selber sein für die Thunder. Also für die Raptors, toll. Für den weiteren Umbau rund um Scotty Barnes, perfekt diese Picks zu haben. Und du hast jetzt ja auch eine Mannschaft zusammen mit Quigley, mit Barnes und mit Barrett, wo ein gewisser Kern schon steht. Dazu ein paar Picks. Finde ich einen sehr, sehr interessanten Deal von André Snellings hier. Von daher, ja, das finde ich sehr, sehr gut. Dann, ein Deal zum Abschluss. Auch hier von Bobby Marks, wo ich ein bisschen im Verlass habe, verdacht habe, dass die Redakteure gesagt haben, Bobby, hau doch mal einen raus. Und dann haut Bobby natürlich auch raus, obwohl er eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt großartig hier über die Stränge schlägt mit seinen Meinungen. Er sagt, die New York Knicks bekommen, festhalten, Mikel Bridges und die Brooklyn Nets kriegen, also die innerhalb der Stadtgrenzen von New York City, Yvon Farnier, Quentin Grimes, den 2024er Erstrundenpick von Dallas, der ist Top 10 protected, den 2025er Erstrundenpick von Milwaukee, der ist Top 4 protected, den 2025er Erstrundenpick von New York, der wäre nicht geschützt, Bobby Marks geht sehr ins Detail, den 2027er Erstrundenpick von New York, auch nicht geschützt und den 2029er Erstrundenpick von New York, der wäre Top 5 geschützt. Ich sage mal so, vielleicht muss ich über die Picks, Top 10 protected, 2024 von Dallas, ich glaube, wir können davon ausgehen, da werden sie nicht landen, ich glaube, die kommen in die Playoffs, dann 2025 Top 4 geschützt von Milwaukee, da würde ich mich auch wundern, wenn die einen Top 4 Pick haben in dem Jahr. 2025, 2027 sind ungeschützt und 2029 Top 5 geschützt von New York, keine Ahnung. Aber wir können davon ausgehen, dass die ersten 1, 2, 3, 4 Picks alle Erstrundenpicks sind. Und dann, ich denke mal, wenn man dann sagt, 2029 ist Top 5 protected, vielleicht ist er dann 2030, ist dann normaler Erstrundenpick oder Zweitrundenpicks, zwei Zweitrundenpicks oder sowas. Das ist natürlich ein Horror. Sagen wir mal 5 Erstrundenpicks und dann eben Grimes und Fournier. Fournier ist egal, da müssen wir euch drüber reden. Quentin Grimes, brauchbarer 3D-Spieler, ob man jetzt selber braucht, oder schickt ihn weiter, relativ jung noch, das kann man sich dann überlegen. Aber es geht natürlich um die Picks hier. Frage ist, wie wertvoll sind diese Picks? Das dürften ja alles Picks sein, die wahrscheinlich dann nicht in der Lottery landen. Klar kann es mal Ausreißer geben mit Verletzungen etc. Aber generell würde ich sagen, das sind wahrscheinlich dann ab Pick 15 dürften die irgendwo liegen. Würde natürlich Brooklyn helfen, weil sie eben da Pick-mäßig viel abgegeben haben für Durant, für Harden. Und haben natürlich andere Erstrund-Picks schon wiederbekommen durch die anderen Trades und dann bei dem von Dallas ja halt hier. Aber dass man jetzt gerade Bridges abgibt, ich weiß es nicht. Für New York wäre es perfekt. Anunobi und Bridges, eine One-Two-Punch. Die Frage ist, machst du dann mit Julius Randall, kommt der noch von der Bank oder kommt Bridges von der Bank? Das ist halt alles ein bisschen Verschwendung zu sein oder spielst du klein mit Randall auf der 5. Von daher, das würde ich nicht hundertprozentig lieben. Auch da würde es für einen Anschluss-Deal geben. Aber von Brooklyn-Seite auch aus, ich glaube nicht, dass das so das ist, was du dir da vorstellst. Also nur über die Draft und nur über nicht Lottery mehr oder weniger. Oder am Ende dann vielleicht dann Lottery. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so stark. Am stärksten, wie gesagt, wirklich der Trade der Raptors mit Oklahoma City Thunder. Aber mal schauen. Ich will das morgen probieren. Morgen für jedes Team einen guten Trade. vielleicht finde ich auch mal ein Team 2 oder so. Mal gucken, wie es mir dann gelingt und ob ihr dann auch nicht vielleicht einen Reaction-Podcast aufnehmt über den Stuff, den ich da erzähle. Kommen wir zu den Programminweisen. Ja, es wird auch Passwort gespielt. Ich würde nicht nur über reden, wie man tauschen könnte. Und heute Nacht, direkt um 1.30 Uhr die Lakers zu Gast bei den Hawks. Nehmen sie den John Tamari gleich mit. Spricht man die Lakers jetzt ja auf einem Auswärtstrip, der sicherlich auch eventuell solche Gespräche dann mal beschleunigen kann. Warum? Man hat jetzt gegen Houston verloren. Es warten jetzt einige wirkliche Kracherspiele. Und wenn es das wirklich, wenn die Formkurve kranker Runden zeigt, das ist immer noch auch alles mit Menschen hier, das ist das Geschäft, dann kann es sein, dass da vielleicht auch mal der eine oder andere beim Journal Manager im Büro steht oder es kann der Besitzer sein, es kann ein Superstar sein und sagt, ey, wie sieht es denn eigentlich aus? Wollen wir hier nochmal was retten oder lassen wir die Sache einfach auslaufen? Und dann geht es manchmal ganz schnell. Von daher, Lakers-Hawks, 1.30 Uhr, genau beobachten, ob es da vielleicht auch schon Anzeichen gibt, offene Verbrüderungsszenen mit John Tamari, wer weiß. Dann, 1. Februar, 2 Uhr. Ich würde sagen, Doubleheader, aber es ist beide Spiele um 2 Uhr. Die Mavs bei den Wolves, das ist immer, glaube ich, nice, gerade wie Luca gerade drauf ist. Ich habe heute nicht über die 73 Punkte gesprochen, weil es ja schon ein paar Tage her ist, aber mal gucken, was er hier dann leisten kann. Dann, die Nuggets bei dem Thunder, auch um 2 Uhr. Das ist natürlich das Spitzenspiel. Was macht Chad Holmgren gegen Nikola Jokic? Kann auch ein Spiel sein, wo intern draufgekalkt wird in Oklahoma City, okay, also überhaupt die ganze Masse an Spielen gegen Jokic, dass man sagt, okay, wie sehen wir da eigentlich aus? Brauchen wir wirklich Hilfe oder sehen wir genug Ansätze, wo wir sagen, nee, das kriegen wir schon anders hin in der Playoff-Serie ohne jemand wie André Drummond oder Jakob Hörtl zum Beispiel. Dann, 2. Februar, ebenfalls zur gleichen Zeit, 1.30 Uhr, die Lakers bei den Celtics. Das wird nicht im Moment leichter werden. Prestige-Duell, da muss man mal gucken. Genau wie Pacers gegen Nix. Auch da war ja mal was in den 90ern. Lakers-Celtics war auch eher 80er, 70er, 60er. aber Pacers dann natürlich wieder mit. Tyrese Halliburton, wie es aussieht, das lohnt sich dann auch, auch wenn Julius Randle fehlt. Am 3. Februar um 2 Uhr, also Samstag dann, die All in the Magic bei den Wolves. Franz Wagner ist einiger Zeit wieder dabei. Ach, komisch. Moritz Wagner hier bei YouTube, der wurde doch schon lange getradet, oder? Oder nicht? Mal gucken, ich bin gespannt, ob da jetzt noch was passiert. Es gab ja zwischendurch diese Zeit, dass Moritz er nicht gespielt hat. Jetzt ist er wieder dabei, spielt seine Minuten, liefert ab, war schon überhaupt noch umweg getradet aus der Big-Man-Riege. Da können wir drauf gucken, auf jeden Fall um 2 Uhr, ob das alles so passt. Aber um 3.25 Uhr, da die Kollegen von Run.de oder halt ProSiebenMax übertragen die Nets bei den 76ers. Ist Joel Embiid wieder dabei, mal abwarten. In Denver hat das ja diesmal nicht geschafft, hat sich aber wirklich am Knie wieder geteilt, am nächsten Tag dann auch nicht gespielt. Allerdings, naja, es ist schon ein bisschen doof, ein bisschen schade, dass er jetzt wieder nicht dabei war in Denver gegen Jokic in der Höhe. Aber gut, manchmal läuft es einfach so. Die Kollegen jedenfalls ab 23.45 Uhr sind sie da live drauf und natürlich auch dann mit Ben Simmons. Am 4. Februar, am Sonntag, um jeweils 2.30 Uhr, die Lakers bei den Knicks. Wie gesagt, die Lakers, das wird nicht leicht diese Woche. Woche der Wahrheit. Könnte man titeln sicherlich. Gleichzeitig aber auch die Bugs bei dem Mavs. Jannis gegen den Kollegen Luca und natürlich auch Doc Rivers am Start. Spiel 1 hat man verloren. Gut, gegen Denver. Gegen Denver kann man mal verlieren. Vom Score her war es nicht super hoch. Man kann aber, glaube ich, schon halbwegs erkennen, wo die Reise hingeht. Defensiv bei den Bugs. Aber da macht es Sinn, jedes Mal wieder drauf zu gucken. Und dann, gibt es zwei Spiele zu Primetime. Sind es Primetime Games? Das müsst ihr selber entscheiden, wenn ihr die Namen 21 Uhr, erst mal die Uhrzeit, 21 Uhr und die Namen Orlando Magic, uh, und Detroit Pistons, hört. Oder 21.30 Uhr, das dann auch bei ProSiebenMax oder bei Run.de. Phoenix Suns, uh, bei den Washington Wizards. Wie gesagt, müsst ihr sehen, ob ihr euren Sonntagabend so versauen wollt mit den Pistons und Wizards. Wer weiß. Aber die anderen Mannschaften sind natürlich dann sehr, sehr gut anzuschauen. Und dann, letztes Spiel für diese Woche am 5. Februar um 0 Uhr, also quasi, wenn ihr dann länger aufbleiben wollt, Clippers bei den Heat. Das ist natürlich ein Spiel, die Heat in der Krise. Klar kann man sagen, ja gut, die reguläre Saison, pff, ist dir noch ziemlich egal. Ja, ja, okay, aber irgendwie so richtig Spiele da so in Reihe abschenken, möchtest ihr dann vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und abschließend ein Hinweis auf einen Artikel, den ich euch gerne ans Herz legen würde beim Google des Tages. Riqui Rubio, Gottes Willen. Riqui Rubio reflects on his MBA career and the dark days that occurred. Und dann ist das Zitat I was lost. Das ist ein Artikel auf theathletic.com. Das ist eigentlich ein Pay-Ding, aber ich glaube, man kann sogar ein, zwei Artikel for free lesen. Ansonsten gibt es ja auch, ihr kennt das, es gibt ja so Seiten, in denen man auch so Paywalls umgehen kann. Ich möchte ja niemanden zu aufrufen. Es lohnt sich sicherlich auch mal einen Probemonat abzuschließen. Ich fand dieser cool Artikel über Riqui Rubio und seine Battle nach dem Tod seiner Mutter, Mental Health etc. Und es gibt auch eine gute Nachricht. Riqui Rubio ist ja zurück in Spanien, zurück in Barcelona und das Spannende ist, dass er jetzt mit dem FC Barcelona einfach trainieren will. Er hat gesagt, ich habe die Verantwortlichen gefragt, aber auch gleich gesagt, ich möchte gar keine, ich möchte gar keine Ansprüche stellen, gar keine Verpflichtung. Ich möchte einfach nur, für mich ließ das so, einfach nur Basketball spielen, wo ich auch früher mal gespielt habe, einfach nur trainieren, das spüren wieder. Und das haben die Verantwortlichen wohl zugesagt, von daher freuen wir uns einfach, dass er wieder den Ball in der Hand hat, auch wenn er es nicht in Punktspielen tut. Im Endeffekt geht es darum, dass der Junge einfach, und so jung ist er jetzt ja auch nicht mehr, aber dass dieser junge Mann gesund ist und glücklich. Und ich glaube, das wünschen wir uns ja auch alle. Ansonsten bleibt für mich, ob ich noch was zu euch erzählen sollte, ah ja genau, das DBB-Sonderheft ist jetzt bei den Ersten angekommen. Danke für das Feedback schon mal, ist großartig. Ich habe auch schon mal Seiten jetzt gelesen, bin auch geflasht und hoffe, dass ich heute Abend noch ein bisschen Zeit freischaufeln kann. Ach nee, kann ich nicht. Heute Abend ist NBA-Live-Fragen-Stream, sendet es bei Tissot. Wann eigentlich schlimm. Mache ich dann am Freitag im Flieger, da geht es ja nach New York mit 32 von euch auf den Trip nach New York, überraschenderweise. Von daher, wenn ihr noch die DB-Ausgabe bestellen wollt oder das 1992er-Heft oder Blink, vergesst immer Blink, Blink kann auch noch ein paar liegen im, wie heißt das, nicht Archiv, im Lager. Würde ich mich sehr freuen, gotnextmag.de. Da kriegt ihr unsere neuesten und die nicht mehr ganz so neuen Werke. Die meisten nicht, die sind alle ausverkauft, aber die, die es noch gibt, die gibt es da. Und da würde ich mich freuen, weil ich weiß, die sind geil und die sind was für dich. Haut rein. Heute Abend ab 20 Uhr NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot und morgen gibt es dann den Premium-Podcast und morgen auch Bill Chamberlain, Hall of Game, wer das hören möchte. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's.